Junge Menschen fotografieren heute überwiegend digital, das heißt mit digitalen Spiegelreflexkameras oder Systemkameras, vor allem aber auch hier mit dem Handy. Meine Erfahrung der letzten Tage und Wochen zeigt mir, dass viele junge Menschen vor allem gar nicht mehr wissen, wie analoge Fotografie funktioniert, was es damit auf sich hat. Dieses Video wird wahrscheinlich relativ langweilig werden für die regulären Zuschauer dieses Kanals, aber lasst uns einmal über die Basics reden. Nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zu eben jener analogen Fotografie im Zeitalter der Megapixel. Mein Name ist Dominik und jeden Freitag bringe ich euch hier um 18 Uhr ein neues Video zu eben diesem Thema der analogen Fotografie. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um keines dieser Videos zu verpassen. Und weiter ins Thema einzudringen. Heute sprechen wir einfach über die Grundlage der analogen Fotografie. Das heißt, für viele regelmäßige Zuschauer wird dieses Video weniger interessant sein. Aber ich dachte mir, um gerade neue Zuschauer anzusprechen und junge Zuschauer zu informieren, sprechen wir einfach mal über eben diese Basics. Natürlich gab es Zeiten vor solchen Handys. Und natürlich gab es auch im Allgemeinen Zeiten vor der digitalen Fotografie. Die Leute damals, also eure Eltern, Großeltern, älteren Geschwister oder Fotografen im Allgemeinen, benutzten damals Geräte wie diese hier. Das ist eine analoge Spiegelreflexkamera. Die steht stellvertretend für eine ganze Reihe an Fotoapparaten, die sich in ihrer Bauart, Bauformen, Technik und so weiter erheblich unterscheiden zum Teil. Die haben aber alle eins gemeinsam. Man kann die in irgendeiner Art öffnen und hier drin dann Film nutzen, statt einen digitalen Fotosensor. Entsprechend den unterschiedlichen Kameras gibt es auch diesen Film in unterschiedlichen Größen. Bleiben wir jetzt hier bei dem Beispiel, braucht man sowas hier. Das ist ein Kleinbildfilm. Und wie der Name schon sagt, gibt es Film in unterschiedlichsten Größen und auch noch in unterschiedlichen Bildformaten. Das ist so der Standard, der sich durchgesetzt hat. Weil das ein relativ guter Kompromiss aus Qualität und Preis ist. Diese Patronen bestehen hier aus einem meist Metallbehälter. Es gibt ja auch einen Kunststoff. Und dann diesen Streifen, der hier rausguckt. Dieser Streifen ist der eigentliche Film. Ganz allgemein gesprochen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ist dieser Film lichtempfindlich. Wenn man die Kamera benutzt und auf den Auslöser drückt, öffnet sich die Kamera kurz und das Licht fällt durch das Objektiv. Hier vorne, hinten, auf den Film. Dann kann man weiterspulen. Der Film wird ein Bild weitergezogen und man kann das nächste Bild machen. Bei dieser Belichtung wird also der Film ganz kurz dem Licht ausgesetzt. Und abhängig davon, wie hell das Motiv ist und wie lang die Kamera geöffnet war und wie empfindlich der Film ist, entsteht ein ganz leichtes Bild auf diesem Film. Im nächsten Prozess der Entwicklung, wenn der Film voll ist und man den Film zurückgespult und aus der Kamera genommen hat, wird durch chemische Entwicklungsverfahren dieses ganz leichte, latente Bild verstärkt und der Film nicht mehr lichtempfindlich gemacht. Je nachdem, welchen Film man nutzt und welches Entwicklungsverfahren und Entwickler, können die Bilder dann beispielsweise so aussehen. Das hier sind schwarz-weiß negative. Da, wo das Bild hell war, färbt sich der Film dunkel. Da, wo das Motiv dunkel war, ist der Film durchsichtig. Oder aber so, das hier sind positive. Das heißt, da ist der Filmstreifen hinterher, der wird nach der Entwicklung in Streifen geschnitten übrigens, genauso wie das Motiv war. Sowohl für positive als auch für negative gibt es Filme und Entwicklungsverfahren, sowohl für Farbe als auch schwarz-weiß. Der Vorteil von solchen positiven ist, dass man die projizieren kann. Das heißt, mit einer Lichtquelle dahinter und einer Linse kann man die an eine Leinwand werfen. Dann sprechen wir vom klassischen Dia. Der Vorteil von solchen negativen ist, dass man die in der Dunkelkammer relativ leicht weiterverarbeiten kann und dann am Ende tatsächlich echte Fotos in der Hand hat. Dafür wird das Bild, das sich hier auf einem solchen Negativ befindet, ebenfalls projiziert. Allerdings nicht wie beim Dia an die Wand, sondern mit Hilfe eines sogenannten Vergrößerers auf einen Tisch darunter. Auf diesen Tisch kann man dann lichtempfindliches Fotopapier legen. Das passiert natürlich im Idealfall im Dunkeln oder eben unter Rotlicht. Denn dieses Fotopapier ist extra so angefertigt, dass das nicht auf rotes Licht reagiert. Man legt also dieses Papier unter den Vergrößerer. Im Vergrößerer befindet sich dann der Filmstreifen, darüber eine Lichtquelle. Und das Ganze projiziert dann das Negativbild, also Farb umgekehrt, auf das Fotopapier. Das Fotopapier macht jetzt genau das Gleiche durch, wie es schon der Film gemacht hat. Das heißt, vom korrekten Positivmotiv wurde ein Negativ angefertigt auf dem Film. Und dieses Negativ wird jetzt quasi wieder umgekehrt und ist dann auf dem Fotopapier ein Positiv. Da ist es ebenfalls so, dass erst ein ganz leichtes Bild entsteht, dass man durch die berühmte Entwicklung in diesen Kunststoffwannen erst weiterentwickelt, bis das Bild tatsächlich fertig ist. Anschließend wird das Ganze ebenfalls fixiert und gewaschen, damit die ganzen Chemikalien rauskommen, denn die sind zum Teil sehr, sehr giftig und krebserregend. Nachdem das Bild gewaschen ist, wird es getrocknet, zum Beispiel indem man es aufhängt. Und getrocknet kann man sich das ganze Rahmen oder ins Fotoalbum tun. Ich hoffe, das hat so einen ganz groben Überblick gegeben. Es gibt unglaublich viele Feinheiten, an denen man sich unglaublich aufhalten kann. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schau doch gerne mal die älteren Videos auf diesem Kanal. Ich habe zum Beispiel ein Video gemacht, wie man eben solche Schwarz-Weiß-Negativfilme entwickelt. Was man da zu beachten hat und was man braucht, findet ihr dann in diesem Video. Allen Stammzuschauern dieses Kanals, danke ich für ihr Verständnis, dass wir hier mal ein bisschen anderen Stoff bringen mussten. Einfach, weil wir uns auch mal ein bisschen um die Nachwuchspflege kümmern müssen. Hier geht es nächste Woche wieder nochmal weiter. Keine Bange. Wir sehen uns also. Bis dahin, danke fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Bis dahin sage ich, ciao. Bis dahin, danke fürs Zusehen.